Bist du bereit? Du hast es gespürt, als sie das erste Mal in deinem Arm lag. Sie ist genauso wie du, nicht wahr? Und sie weiß noch nicht, wer oder was sie ist. Hör auf! Ich wünsche das wirklich keinem. Jun ist ein ganz besonderes Mädchen. Sie braucht uns. Sie ist wie wir, eine Wandlerin. Sie gehört zu ihrer Mutter. Wenn Jun eine von uns ist, dann ist sie in Gefahr. Wo ist Jun? Was hast du mit dir gemacht? Lass mich los! Warte! Lass mich los! Sieh nur! Ich bin's! Harry, ich bin es! Sag mir, dass alles wieder gut wird. Halten Sie mich für ein Monster? Jun, du bist kein Monster. Jun ist nicht wie die anderen Frauen. Hier ist alles, wonach du es sucht hast. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Mutter und Tochter. So ein seltenes Glück. Ich weiß, du hast Angst vor dir selbst. Aber Jun, ich will nur, dass du wieder du selbst hast. Sie hat diese Gabe. Nein, das ist keine Gabe. Das ist ein Fluch. Ich will nicht, dass sie so wird wie ich. Mach jetzt einfach deine Augen zu. Ich kenne dich besser als jeder andere. Wenn du mit diesem Jungen zusammenbleibst, wirst du ihn umbringen. Niemals würde ich ihn verletzen. Du wirst dich jetzt wandeln. Schu... Überrasch dich. Schuhe! Verzieh ihm nicht! Verzieh! Verzieh ihm nicht!